Und diesmal darf ich nicht hin und her fahren, sondern auch wirklich die S-Tour. Ok, da kommt einer. Motorfehlfunktionen sind wieder an Bord. Ja, der Kollege hier. Ja, da habe ich jetzt ein paar Autos dann geschoben. Okidoki. Dann einmal wieder weiter geradeaus. 188 haben wir noch. Werkzeug ist eine der wichtigen Leidenschaften, die du brauchst, um irgendwas abzubauen. Und wie bekam ich jetzt Erde auf einmal rein? Weil ich es abgebaut habe. Hallo LKW. Willst du mit mir ein Wettrennen machen? Och, trotzdem. Ja, man merkt, der steht da auch schon ein, zwei Stunden. Hinter dir. Ah! Oh! Wow! 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 Okay. Holz wollte ich dir eigentlich geben, weil der im Schneegebiet ist. Ja, einmal im Monat mache ich ja nen Pass-Off. Ähm. Diesmal glaubt es ja glaubt schon ne Woche. Ähm. Schickt ihr sehr viele Filmfreunde. Ähm. Und damit sag ich. Ähm. Dann reden wir mal. Vipi. Und damit sag ich. Bis zum nächsten Mal.